ja hallo liebe simson freunde so alex heute kümmern wir uns mal um eine sache und zwar zentrierung vom zylinder kopf das ist ja äußerst schwierig weil wir können das mal ganz kurz hier an dem zylinder zeigen und zwar wenn ich jetzt mal hier einfach die stehbolzen rein stecke vier stück man merkt schon hier wie viel spiel die haben so und wenn wir die jetzt mal in den kopf reinlassen so vielleicht kannst du das film sieht man das ja man kann also den kopf extrem bewegen und je nachdem ist dann eben auch nicht gewährleistet dass der brennraum mittig im zylinder setzt und dafür gibt es eine ganz tolle optimierung und zwar haben uns mal gedanken gemacht wir haben jetzt diesbezüglich hier mal ein lt 60 resu genommen aber ist völlig egal also man kann auch den originalen zylinder entsprechend optimieren und zwar haben wir eine sache gemacht wir haben hier zwei stehbolzen reingesetzt und haben den zylinder kopf erst mal zentriert das heißt dass der brennraum richtig mittig im zylinder sitzt und dann haben wir eins gemacht und haben uns ein 3 mm bohrer genommen die gibt es in längerer ausführung in 100 millimetern und dann haben wir hier entsprechend neben der schraube also man muss das quasi von der mitte aus auszirkeln und so wie der kreis dann läuft so würde man dann auch hier neben ein loch bohren und zwar hier an der stelle so alex hier kann man noch mal schauen und zwar habe ich hier jetzt noch mal punkte gemacht diese blauen punkte an den stellen wo man diese bohrungen ansetzen könnte also es reichen natürlich zwei bohrungen man muss jetzt nicht vier machen also immer aus der mitte heraus auszirkeln dass das quasi mit dem schraubloch immer mit läuft dann hat man hier entsprechend auch vernünftig fleisch und kann die bohrung setzen man kommt hier auch in keine kanäle rein wenn man nicht tiefer als vier zentimeter bohrt und funktioniert eigentlich sehr gut weil das problem ist man kann ja von unten einfach nicht reingucken in den zylinder das heißt hinterher irgendwas zu zentrieren ohne den zylinder vorher entsprechend vermittelt zu haben ist wirklich super schwierig das bohrt man genau vier zentimeter tief und dann sieht man schon da unten dass der bohrer auch entsprechend in den zylinder reingeht so und wenn man das gemacht hat auf dieser seite und auch auf dieser seite dann kann man eins machen dass man sich stahlstifte besorgt die sind jetzt auch genau drei millimeter wie ich auch gebohrt habe steckt die hier rein also wer solche stahlstifte nicht hat der kann auch einfach eine speiche nehmen vom hinterrad die hat also auch genau drei millimeter durchmesser können wir mal zeigen 2,99 also ziemlich genau drei millimeter bloß ihr müsst dann entsprechend das gewinde weil das ein geholtes gewinde ist und das gewinde hat mehr an durchmesser 3,3 also das müsste man dann hier entsprechend abschneiden und dann könnte man auch eine speiche nehmen um das ganze dann zu fixieren ja und wenn man das gemacht hat diese beiden stifte hier reingesetzt hat dann kann man entsprechend den zylinder wieder wieder auseinander schrauben wir machen das mal eben wir kriegen das alles hin so einmal jetzt nehmen wir den stehbolzen auch nochmal raus also wichtig ist immer vorher wirklich optisch zentrieren und dann kann ich meinen zylinder entsprechend gerade aufsetzen das heißt wenn ich dann fertig bin und habe den zylinder aufgesetzt kann ich danach wenn ich die muttern angezogen habe auch ruhig die stifte wieder raus raus nehmen man kann es aber auch so machen dass man die stifte entsprechend hier unten am zylinder mit flüssig metall einklebt zum beispiel und wenn man sie dann auf länge bringt dann kann man sie auch so stehen lassen also kann jeder machen wie er möchte wir ziehen die hinterher raus und dann hat man die gewehr dass der brennraum wirklich exakt in der mitte zentriert ist und ja bringt wieder was hinterm komma absolut also das ist äußerst schwierig weil man merkt es ja teilweise auch wenn man das quetschmaß misst dass man dann auf der einen seite vielleicht 0,9 mm hat auf der anderen 1,1 mm und dementsprechend merkt man dann schon dass der brennraum nicht in der mitte sitzt es sollten also danach nach der zentrierung an allen vier stellen gegenüber entsprechend ungefähr das gleiche an wert zusammenkommen was das quetschmaß betrifft ja wollten euch mal zeigen wie wir finde schöne optimierung und ja funktioniert das war's bis denn macht's gut tschau Bis zum nächsten Mal.